Wir sind natürlich sehr, sehr stolz, diesen neuen Flagship-Store zu eröffnen, besonders in dem neuen Thomas Sabo-Look. Darüber hinaus sind wir natürlich besonders froh, dass David hier mit uns ist. Ich glaube, ich passt gut in diese Idee rein. Einen besseren Repräsentanten wie den David kann man sich gar nicht wünschen. Im Endeffekt macht das Thomas Sabo sehr gut seit vielen Jahren. Das sind tolle Sachen, aber es sind immer noch so einen fairen Preis angeboten. Das finde ich super. Und wie üblich hat mein Thomas Sabo wieder den Lager auf den Kopf getroffen oder den Trend der Zeit erkannt. Wunder, wunderschöner Schmuck, sehr rockig, sehr ausgefallen, sehr elegant. Ich trage immer Thomas Sabo. Also ich bin wirklich großer Fan. Und ich glaube, man sieht das heute, dass es eigentlich perfekt passt. Also perfekter geht's eigentlich nicht. Ich kann mich auch sehr glücklich schätzen, weil ich kann hier Thomas Sabo unterstützen. Das ist natürlich echt super. Natürlich sind wir eine internationale Lifestyle-Marke mit besonderer Liebe zum Detail und Design. Es ist für uns der wichtigste Shop zur Zeit. Also der, sagen wir, der herausragendste Shop. Ich finde es super klasse. Ich bin auch gar nicht durchbekommen, weil es so voll ist. Ich glaube, ganz Wien ist heute hier. Bisschen rockig. Bisschen elegant. Das ist Thomas auch und der hat ja diese ganze Idee auch entwickelt. Ich denke, hier ist ein super Job gemacht worden. Ich freue mich sehr darüber, weil ich denke schon, dass es ein Ausrufezeichen für die Marke geworden ist. Und wir sind stolz darauf und wir werden auch noch weitere setzen.